Adler sieht nicht gut aus. Den muss Adler halten. Der kommt nicht platziert. Großstadt von Adler. Und wieder war es Russ. So, das ist der Adler, den die HSV-Fans lieben, so wie er vor allem in seiner ersten Saison hier war. Einer für die Unhaltbaren. Was war das für ein Reflex? Super gehalten. Und jetzt hat er einen riesen Schuss. Aber schaltet dann Adler auf sein erstes Tor. Der war ganz wichtig von René Adler. Ja, Willklasse bleibt ganz lange stehen. Ja, Adler hält Hamburg im Spiel, kann man sagen. Zorn und Adler. Zorn und Adler. Zorn und Adler. Ihm gehört eine besondere Pointe in diesem Spiel. Zorn und Adler. Olle, Tundadler. Verhindert hier das frühe Haus des HSV. Zorn und Adler. Zorn und Adler. Der Brünne-Adler rettet hier das 2 zu 1.